Und fühl mich, spitze, klingt mich mit, ich will mit mir abhauen, heirat mich. Yo! Sag wo und wann! Welcome on YouTube. Willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Channel. Mein Name ist Praise. Der eine oder andere hat mich mal auf TikTok gesehen. Ich bin da das eine oder andere Mal hier reingegangen. Und will hier das nicht anders machen. Abonnieren, kommentieren, liken, teilen. Let's get it, get it. Ey, hört jetzt nicht heftig aus, ey. Gehst du noch, was du besser aus, eigentlich? Gehst du noch, was du besser aus? Ja, ich glaub nicht, du glaubst, da sind ein Baby-Hoodie hier. Sieht doch aus. Ja. Wir sind nicht, wir sind nicht. Okay, das ist nicht schön. Muss ich changen, muss ich changen. Ich spare dich. Okay, warte, ich ziehe mich auf's. Ich wusste gar nicht, dass du so sehr am Schirm bist. Wer bist du? 16. Ich wusste gar nicht, dass du so sehr am Schirm bist. Ich wusste gar nicht, dass du so sehr am Schirm bist. Ey, du siehst gut aus. Ihr auch, ja? Danke. Wir, sie alle. Du bist küs. Dankeschön. Yes, oh Gott. Ihr habt. Wie alt bist du? Äh, was schlägst du dir? Ach, okay. 20. Die 14. Sarah, geh sterben. Sarah, geh sterben. Aber du lässt trotzdem gut aus. Die ganze Zeit, mein Bild macht dich noch nicht. Das ist richtig cool aus. Ich? Danke, ja. Ja, mir auch. Deine Duracks sieht so sexy aus an dir. Ja, da bist du gut, gell? Ja. Du musst auch noch jung haben. Wie viel seid ihr denn überhaupt? 21. 20. Wie viel schätzt sie mich? 16, 17. Was für 16, 17? Was? 18. Ja, man kann auch mit uns das Schein machen. Wir nehmen die Abilance-Händel. Wir nehmen die Abilance-Händel. Wir nehmen die Abilance-Händel. Wir nehmen die Abilance-Händel. Sie sagt, entführe mich, bitte nimm mich mit. Ich will mit mir abhauen. Heirassungs-Händel. Heirassungs-Händel. Oh, sagst du noch mal. Wer ist da die Akte? Supreme, habe ich online geholt. Die sieht krass aus. Scheiße Geld? Nein, ich verdiene Geld, aber ich gehe nicht smart mit dem Geld um. Nicht sehr smart. Aber ja, ein bisschen. Ich glaube, wie sie, kannst du auch nicht smart mit deinem Geld für mich umgehen. Ich bin jetzt hier am Arbeiten. Und ey, 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 ey. Frauen, ja. Frauen, shootet bitte euren Shot, ja, bitte. Wirklich, macht euren Shot, ja. Das ist, bruder, das ist viel, viel besser für einen Jungen. Als dass ihr auf einen Typen wartet, dass er seinen Shot macht, ja. For real, for real. Shootet euren Shot, bitte, ja. For real. Shootet bitte euren Shot. Deswegen, ohne viel reden, bla bla bla. Es geht weiter zum Video. Äh, was brauchst du, was willst du? Ich bin leider kein Sugar Daddy, aber... Ja, was kannst du machen? Ich. Siegle Dish. Wie heißt die auf uns? Abschuld. Sooooooh. Voller der war raus. Fass dr 있게. Has ich den g'schickt? Geh in mir hoch. Ah, du bist cute, ey, what the hell? Na, du bist Qs, oha. 100 Prozent. Ey, die kam so gut, die Englisch schnell können. Ihr würdet euch so gut verstehen. Ey, ich hab meine Daumen, Jeffrey Daumen, brenn ich mal auf. Setz dich mal auf. Extra noch auf dieses Ende. So. Das ist das Ende der ersten Aumentefer-Serie. Ey, schau, die hat mich am Trippen gerade. Ey, ich bin verliebt. Ey, die ist so da gewesen, ne? Schau dir aber, ey. Das ist das Ende der ersten Aumentefer-Folge. Lass ein Like, deinen Kommentar, abonnieren, Teilen, alles. Peace out. Oh, ich gucke deine Insta wieder an.